Wir sind hier in Russland in der südlichen Schwarzerderegion auf einem Betrieb der Agrarholding Prodimbix. Der Betrieb heißt Kametka. Wir bauen hier im Jahr ca. 1500 bis 2000 Hektar Zuckerrüben an. Wir haben hier neben der Bodenbearbeitung große Probleme mit der Phosphorversorgung. Phosphorversorgung sind hier 1 bis 2 Milligramm nach CAL und das hat uns in den Jahren hier große Probleme gemacht. In den letzten Jahren haben wir auf 14 Feldern Phosphordüngungsversuche angelegt. Dank der sehr tatkräftigen Unterstützung unserer Praktikanten wurden auf allen Feldern diese Versuche auch beerntet mit mehreren Wiederholungen. Die Düngung mit 200 Kilogramm Sulfoamaphos 20N 20 Phosphor im Frühjahr vor der Aussaat und anschließend eingearbeitet, haben auf unserem Betrieb hier ein Mehrgewinn von 800.000 Euro erbracht. Durch die Düngung wurden satte 14 Tonnen pro Hektar Zuckerrüben mehr geerntet. Wie versuchen wir heute dieses Problem zu lösen, da eine Aufdüngung der Böden finanziell einfach nicht möglich ist? Im Herbst bringen wir mit dem kökerlichen Vektor und einem Boxersystem zu den Rübenfeldern etwa 100 bis 150 Kilogramm Amaphos 12,52 in eine Tiefe von 15 bis 20 Zentimetern aus. Wir legen somit alle 27 Zentimetern in Form einer Reihendüngung ein Phosphordepot an. Im Frühjahr drillen wir circa die Hälfte der Rübenfläche mit der Tempo-Drill von Federstart. Mit der Aussaat wird nochmals in einer Tiefe von 5 Zentimetern 200 Kilogramm Sulfoamaphos ausgebracht. Also zusätzlich 40 Kilogramm Phosphor und 40 Kilogramm Stickstoff. Wir stellen den Rüben damit zur Jugendentwicklung nochmals zusätzlich ausreichend frischen Phosphor zur Verfügung. Durch die vielen tatkräftigen Helfer des Unternehmen Prodimix und unserer Praktikanten konnten auch in diesem Jahr viele angelegte Versuche beerntet werden. Erstaunliche Ergebnisse konnten wir auf einem extrem niedrig versorgten Feld feststellen, auf dem wir keine Herbstdüngung ausgebracht haben. Hier brachte eine Düngung mit 200 Kilogramm Sulfoamaphos, also 40 Kilogramm Phosphor, 20 Stickstoff, einen Mehrertrag von über 120 Prozent. Auf den Standorten mit der Herbstdüngung-Reindüngung sind die Ertragseffekte nicht so stark wie nur die Frühjahrsdüngung. Auf vielen Feldern sind deutliche Phosphormangelsymptome zu erkennen. Selbst nach Phosphordüngungsversuchen in Rüben reagiert die Sommergerste im darauffolgenden Jahr stark. Dort, wo zu Rüben kein Phosphor ausgebracht wurde, reagiert die Sommergerste mit einem Ertragsabfall von 30 Prozent. So stellen wir uns die Phosphordüngung auf einem Trockenstandort mit sehr schlechter Ausgangsversorgung vor. Die Ausbringung im Frühjahr als Unterfußdüngung, im Herbst die Depodüngung in einer Reihe in einer Tiefe von 15 bis 20 Zentimetern. Betrachtet man das Wurzelsystem der Rübe, scheint eine tiefere Ausbringung nicht sinnvoll zu sein. Und wir verlieren nur zusätzlich Geld durch die tiefere Bearbeitung und tiefere Ausbringung. Welche Erfahrungen haben wir hier in den letzten zwei Jahren in Kamenka bezüglich der Phosphordüngung gemacht? Erste Aussage ist, die Reihendüngung ist deutlich effektvoller als die Düngung der breitflächigen Ausbringung mit anschließender Einarbeitung im Sommer. Mit der Frühjahrsdüngung von Phosphor lassen sich auf diesen niedrig versorgten Standorten extrem gute und hohe Effekte der Phosphordüngung erreichen. Die Unterfußdüngung zu Rüben mit Phosphor bringt auf diesem Standort bessere Effekte als die breitwürfige Ausbringung. Es ist so, dass die gezielte Deponierung der Phosphordüngung uns auf diesen Betrieben deutliche Vorteile in der Ökonomie bringt. Das heißt, es lässt sich Dünger einsparen und da der Phosphordüngung immer teurer wird, ist das ein wichtiges Ziel, was wir hier durchführen werden. Die gezielte Deponierung der Phosphordüngung in erster Linie zu Zuckerrüben, in Zukunft auch zu anderen Kulturen. Liebe Kollegen, alle herzlich eingeladen, um hier mal nach Südrussland, nach Kamenka zu kommen, um auch hier die Erfahrungen in Dünger und vielen anderen Fragen auszutauschen. Ich wünsche natürlich auch allen, insbesondere im Düngungsmanagement, viel Erfolg. Usspero! Auchmerik 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 Liebe